Danke, Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe Sie, werte Kollegen von der AfD, jetzt hier überwiegend breit grinsend sitzen sehen. Und es erweckt bei mir den Eindruck, dass sich das anschließend an das, was Sie, Herr Gauland, einmal gesagt haben, dass Sie in Wahrheit froh sind, dass diese ganzen Flüchtlinge gekommen sind, damit Sie parteipolitischen Nutzen davon haben. Ich halte das für sehr durchschaubar und ein sehr perfides Spiel, was Sie hier abziehen. Der Herr Schuster hat das Notwendige schon gesagt, Ihr Antrag auf Einführung von Grenzkontrollen ist schlicht überflüssig. Und im Übrigen sind über 20.000 Menschen, die an den Grenzen unberechtigterweise waren, dort auch in den letzten Jahren zurückgewiesen worden. Das heißt, wir tun das bereits, was Sie in Ihrem Antrag fordern. Was wir nicht tun, ist das, was hier steht, nämlich umfassende Grenzkontrollen einführen oder einen vollständigen Schutz einführen, weil es das nämlich gar nicht gibt. Wenn wir das nämlich machen wollten, dann würden wir nämlich eine Mauer hochziehen und uns verbarrikadieren dahinter. Wir würden Türme aufstellen. Wir würden einen Todesstreifen einrichten. Wir würden die Gewehre auf die Leute nach draußen richten. Und wissen Sie, wo wir dann sind? Dann sind wir nämlich nicht mehr in Deutschland. Dann sind wir in Nordkorea. Und jetzt will ich Ihnen noch eines sagen. Der Typ in Nordkorea, der reicht mir. Ein Kim Jong-Gauland, auf den kann ich verzichten. Und jetzt ist die Frage, heißt es, dass alles gut ist? Natürlich nicht. Wir müssen nämlich nicht anfangen, wenn die Leute bei uns an den Grenzen schon angekommen sind, sondern wir müssen früher anfangen. Wir müssen bei den Fluchtursachen anfangen. Das ist der erste Punkt. Und wenn jetzt Ihre Rednerinnen und Redner in diesem Haus den Klimawandel leugnen, dann können Sie gleich Freifahrtsscheine für eine weitere Million von Flüchtlingen austeilen. Weil dann werden die Nächsten kommen. Wir brauchen ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Aber Ihre Leute posten Solidarität mit Ungarn und mit Polen und mit Tschechien, die überhaupt nicht zu einer Solidarität in der Lage sind. Das ist doch scheinheilig, was Sie hier betreiben. Und wenn Sie der Meinung sind, dass sich nur die Starken durchsetzen, Herr Gauland, dann biete ich Ihnen an, dass wir ein Programm auflegen für die Schwachen. Und dass wir sagen, wir holen sie nach Deutschland. Vielleicht die Vergewaltigten. Vielleicht diejenigen, die bedroht sind, weil ihre Familien schon ausgelöscht worden sind. Und wir werden dafür sorgen, dass sie auf sicheren und legalen Wegen nach Deutschland kommen. Sind Sie für so ein politisches Vorhaben zu gewinnen? Wenn Sie das nicht sind, dann haben Sie es nicht ernst gemeint, was Sie gerade gesagt haben. Aber wissen Sie, jetzt hat Herr Schuster aus Südbaden gesprochen. Ich spreche aus Nordbaden. Und was uns verbindet, ist die Grenze nach Frankreich. Sie ist offen. So bin ich groß geworden. Ich möchte das bewahren. Und ich komme aus einer kleinen Stadt. Gestatten Sie eine Zwischenfrage von Kollegen Nolde? Ja, gut, natürlich. Herr Nolde ist derjenige, der diesen Unsinn postet. Der darf natürlich was fragen. Sehr geehrter Herr Kollege, 2050 rechnet man mit mehreren hundert Millionen migrationswilligen Menschen aus Afrika. In der Welt liest man von bis zu 800 Millionen. Was ist Ihr Konzept? Was wollen Sie mit den Menschen hier machen, wenn Sie die alle aufgenommen haben? Mein Konzept ist, dass Sie 2050, aber allerspätestens, nicht mehr in diesem Parlament sind. Und dass wir dann für eine Politik hier sorgen, die verhindert, die verhindert das, was Sie herbeireden. Wenn wir nämlich für eine... Wissen Sie, worauf es ankommt? Es kommt auf etwas an, mit der ich schließen möchte. Es kommt auf globale Gerechtigkeit an. Das ist für Sie natürlich ein Fremdwort. Aber Sie haben ja in den nächsten vier Jahren Gelegenheit, vielleicht auch noch mal etwas dazu zu lernen. Und deswegen möchte ich damit auch schließen. Ich habe erzählt, Nordbaden, ich komme aus einer kleinen Stadt, ich mag die Menschen da, ich bin da aufgewachsen. Ich setze mich mit vollem Herzen für Sie ein. Ich komme aus Deutschland und ich liebe mein Vaterland, das mir viel ermöglicht hat. Aber, meine Kolleginnen und Kollegen, wir sind nicht alleine hier auf dieser Welt. Und wir können nicht überall hin exportieren und überall hinreisen wollen, aber mit den Problemen dieser Welt nichts zu tun haben. Und lassen Sie mich deswegen schließen, weil es so laut geworden ist in diesem Raum, seit Sie da sind. Und manchmal unerträglich laut. Und lassen Sie mich deswegen leise schließen. Vergesst nicht, Fremde, wir reisen gemeinsam, besteigen Berge, pflücken Himmwehren, lassen uns tragen von den vier Winden. Vergesst nicht, das ist unsere gemeinsame Welt, die ungeteilte, ach, die geteilte, die uns aufblühen lässt, die uns vernichtet, diese zerrissene, ungeteilte Erde, auf der wir gemeinsam reisen. Große Ausländer, ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag rufe ich auf Benjamin Strasser von der FDP.